Sind NFTs wirklich wertlos und ist alles Scam? Auf diese Frage bzw. auf dieses Thema gehen wir heute ganz spezifisch ein und du wirst definitiv NFTs nach diesem Video mit anderen Augen sehen. Aber erstmal herzlich willkommen auf jeden Fall hier auf meinem Kanal Captain Vivi und heute auf jeden Fall mit diesem wirklich sehr spannenden Thema und ich würde sagen, wir starten noch direkt rein in das gesamte Thema. Lass mir auf jeden Fall sehr gerne in den Kommentar da, wie du zu diesem ganzen Thema stehst und jetzt würde ich sagen, let's go! So, bevor wir aber in das gesamte Video rein starten, würde ich erstmal sagen, schauen wir uns doch erstmal an, wie funktioniert denn ein NFT und was ist da überhaupt die Aufgabe? Denn das sollte auf jeden Fall erstmal grundlegend bei vielen Leuten hier auf jeden Fall schon mal einige Missverstände ausräumen. Ein NFT ist hier jedenfalls laut dieser Definition ein Non-Fungible Token und dabei handelt es sich um digitale Inhalte, die in seiner Natur nicht repliziert bzw. nicht kopiert werden können und das macht diese Non-Fungible Tokens so einzigartig. Und das Besondere daran ist außerdem auch, dass über die Blockchain, das ist ein öffentliches Buch, wo jeder sehen kann, was für Transaktionen gemacht wurden, was zum Beispiel für ein NFT gemintet wurde, da kann man wirklich ganz genau nachschauen, wer was gemacht hat. Das ist für jeden öffentlich zugänglich und dementsprechend auch ziemlich transparent, was zum Beispiel sehr einfach Scams identifizieren lässt, weil man einfach in der Blockchain nachschauen kann, was war zuerst da und dann sieht man eigentlich relativ schnell, wer jetzt hier der Scam ist und was sozusagen das echte NFT ist. Eine NFT kann man außerdem so erklären wie ein menschlicher Gedanke bzw. wie eine menschliche Erfahrung, die jeder Einzelne von uns gesammelt hat und diese sind komplett einzigartig. Und wie jeder weiß, zum momentanen Zeitpunkt jedenfalls, kann uns niemand diese Gedanken oder auch diese Erfahrungen nehmen. Wir behalten diese im Kopf bzw. in unserem Gehirn, bis wir entweder irgendwann an Demenz erkranken oder irgendwie sterben. Aber bis zu diesem Zeitpunkt tragen wir diesen Gedanken bzw. diese Erfahrung in uns. So in etwa kann man sich ein NFT vorstellen. Die Technologie hat eigentlich nichts anderes als Ziel hinter einem NFT, dass du im Internet eine Sache besitzen kannst. In dem Fall können es Dokumente sein, es können zum Beispiel auch Bilder sein, es können aber auch Kreaturen sein, es können aber zum Beispiel auch Spiele-Items sein, zum Beispiel aus dem letzten FIFA-Spiel kannst du dann einen Charakter mitnehmen ins nächste Spiel, ist jetzt mal versimpelt oder zum Beispiel ein Waffenskin von CSGO, dann in eine neuere Version mitnehmen. Das ist halt einfach durch NFTs möglich. Außerdem kannst du als wirklich rechtmäßiger Inhaber auf dieser Blockchain, also in diesem Buch, in diesem offenen Buch nachgewiesen werden und jeder sieht zum Beispiel, dass du der einzige Besitzer von diesem oder jenem Gegenstand digital bist. Eine andere Aufgabe hat das Ganze tatsächlich gar nicht und es ist an dieser Stelle dem Menschen überlassen, was er daraus macht. Macht er daraus einen Scam oder macht er daraus wirklich etwas Nützliches? Wir kommen auf jeden Fall später auch noch darauf zu sprechen, für wen das Ganze nützlich ist. Falls du jetzt das ganze Thema verstanden hast, worum es so ein bisschen geht und auf jeden Fall hier alles verstanden hast, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt weiter. Wenn du auf jeden Fall noch Fragen hast, stell sie mir sehr gerne unten in den Kommentaren und lass uns diskutieren oder auch deine Frage klären. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, möchte ich noch was ganz kurz zu dem Thema NFTs sagen. Und zwar hat das Ganze nicht nur den Effekt, dass ihr digital etwas besitzen könnt und wirklich auch das nachweislich, sondern es ist tatsächlich das erste Mal, dass ihr jeden Gegenstand, den ihr im Internet auch besitzt, wirklich nachweislich besitzt. In der realen Welt ist das Ganze nicht so ganz der Fall. Klar, wir bekommen einen Kassenbon, wenn wir zum Beispiel uns hier etwas kaufen, aber der kann halt mal schnell verloren gehen oder wird zerrissen und so weiter und so fort. Und dann kann man nicht mehr wirklich nachweislich sagen, das ist zum Beispiel mein Gegenstand und das ist zum Beispiel ein geklauter Gegenstand. Das ist in der physischen Welt tatsächlich so gar nicht möglich. Und dementsprechend hat ein NFT tatsächlich sogar noch viel mehr Anwendungen und wird vielleicht auch in Zukunft unsere physische Welt beeinflussen mit bestimmten NFTs, die man dann auf der Blockchain hält und zum Beispiel mit einem Verkauf dann an den Käufer weitergegeben werden. Nachdem wir jetzt also geklärt haben, was das Ganze überhaupt ist, schauen wir uns auf jeden Fall gerne mal ein Video an. Und zwar nämlich von Kollegah und er erklärt uns mal ganz kurz hier, wieso und für wen das Ganze eigentlich hier super interessant ist mit NFTs. Was ich aus meiner Sicht als Künstler bei dem Thema NFT ganz klar sagen kann, ist, es hat enorme Vorteile für alle Künstler, ob das Zeichner, Maler, Musiker oder was auch immer ist. Und NFTs ist für Künstler, das ist mir klar geworden, eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, die Kunst direkt an den Interessenten, an den Fan, an den Interessierten, an den Liebhaber, an den, der jetzt wirklich feiert, zu bringen, ohne dass du tausend Vertriebswege dazwischen hast, wo du Prozente noch und Löcher abgibst, wo du Kontrolle auch abgibst, wo du dich auch einem Einfluss von einem, eventuell einem Label oder einem PR-Team ausgesetzt siehst, dass vielleicht deine Kunst in eine Richtung lenkt, die eigentlich nur aufs Kommerzielle ausgerichtet ist und dir so ein bisschen die Seele raubt bei dem ganzen Prozess. Die Wertschätzung der Kunst ist in dem NFT-Thema einer der Hauptaspekte, warum ich mich damit überhaupt beschäftigt habe. Dann habe ich aber im Laufe meiner Recherchen auch entdeckt, dass es da durchaus zahlreiche Projekte gibt, die sowas, ja sowas Weltverbesserisches haben. Ich habe auch so eine Ader. Hier bieten sich Möglichkeiten verschiedenster Formen, nicht nur für Künstler, sondern auch für Menschen, die Projekte umsetzen wollen. Selbstständig, ohne Barrieren von Monopolzentralen. Früher waren es die Major Labels, früher waren es zum Beispiel MTV Viva. Hattest du kein Video auf MTV oder Viva, dann hast du als Künstler gar nicht existiert. Du warst nicht sichtbar. Du musstest dich einkaufen für teuer Geld. Du drehst ein Video ab für 80.000 bis 100.000 Euro, reichst es bei MTV ein und hast die Hoffnung, dass es gespielt wird. Aber wie viele Künstler haben Geld verbrannt, wurden nie gespielt. Heutzutage kannst du deine Kunst präsentieren und du hast auch Mittel und Wege, sie sichtbar zu machen. Du hast natürlich auch deine Gebühren. Muss man dazu sagen, es gibt zwei Arten von Gebühren, mit denen du rechnen musst. Das sind einmal die Gas Fees und einmal die Royalties. Die sind überschaubar. Was aber sehr interessant ist, davon ab hast du nichts, was du abdrückst. Im Gegenteil, du verdienst in Zukunft immer noch bei jedem Verkauf deines NFTs weiterhin Prozente mit. Zwischen fünf und zehn Prozent. Das können Künstler selber festlegen. Absolut. Und der Vorteil ist eben, deine Kunst bleibt und Kunst gewinnt mit der Zeit in der Regel auch an Wert. Das heißt, wo ich damals zum Beispiel mein erstes Album zu, der Tape 1 gemacht habe, da hatte das keinen großen Wert. Die Leute haben der Sache noch keinen Wert beigemessen. Es war neu. Und wir sind heutzutage auch am Anfang einer neuen Periode. Der Musikmarkt wird sich absehbar mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es einfach so künstlerfreundlich ist, du brauchst keine Wege, du brauchst keine Lieferketten, sondern du hast es per Knopfdruck, so wie du es willst. Und keiner fährt dir über den Mund beispielsweise. Ich als Indexverfolgter kann das aus eigener Erfahrung sagen. Zukunftsperspektive bietet das Thema auf jeden Fall gerade für Künstler. Das kann ich wieder nur eindringlich sagen für jeden da draußen, der sagt, ich kriege zu wenig für meine Kunst. Meine Kunst ist gar nicht sichtbar. Es ist ein neues Terrain. Es gibt viel Scam-Artists. Es gibt aber auch viel, wie trenne ich die Spreu vom Weizen. Das braucht seine Zeit. Ich denke einmal, viele von euch kennen, Kollege, ob man jetzt seine Musik feiert oder nicht, das ist ganz einem selbst überlassen. Aber was er sagt, ist tatsächlich ziemlich wahr. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt auch nochmal auf ein weiteres Beispiel an, um euch das nochmal zu veranschaulichen, was hier wirklich die Probleme sind, die durch ein NFT gelöst werden können. Und das Ganze deutlich, deutlich besser und transparenter und auch schneller ermöglichen, für Künstler mehr zu verdienen. Und auch vielleicht wirklich in Zukunft davon leben zu können, was für die meisten zum Momentan Zeitpunkt nicht wirklich der Fall ist. Schauen wir uns mal ganz kurz einen typischen Weg an. Ohne NFT musst du natürlich als Künstler erstmal das Ganze überhaupt designen. Dann musst du das Ganze in die Produktion stecken und dann muss das Ganze auch noch versendet werden. Das heißt, hier sind sehr, sehr, sehr viele Schritte, wo du dich auf andere Leute verlassen musst, beziehungsweise auf andere Industriezweige. Und da gibst du einfach auch sehr, sehr viel Verantwortung ab. Und das kann manchmal zu vielen Fehlern fühlen. Und dementsprechend kommt natürlich auch nicht der komplette Profit bei dir an, denn du musst an den Versand abdrücken, du musst für die Produktion bezahlen und dann natürlich auch vielleicht noch für ein Team, was das Ganze irgendwie alles organisiert, mit dem gesamten Versand, Produktion und so weiter und so fort. Also hier kommen enorme Kosten auf dich zu. Bei einem NFT ist das schon sehr viel anders. Da hast du vielleicht auch ein kleines Team, das dir das Ganze NFT erstellt und auch die Roadmap und so weiter und so fort. Aber dann gehst du einfach auf einen Marktplatz, dann schmeißt du das dorthin, mintest das Ganze als NFT, hast dann vielleicht noch ein paar Kosten zu zahlen, Gasfees und Royalties, was der Kollege gerade auch schon angesprochen hat. Die sind aber, wie er auch schon sagt, überschaubar und die werden in Zukunft wahrscheinlich sogar noch sinken. Dementsprechend hier deutlich attraktiver. Und das Gute ist, der Künstler verdient sogar noch, jedenfalls bei den meisten Marktplätzen, beziehungsweise bei den meisten Projekten ist das so, dass der Künstler tatsächlich auch noch mit dem Verkauf, also falls jemand zum Beispiel ein Collectible oder ein Bild zum Beispiel gekauft hat und das wieder verkauft, dann erhält der Künstler auch weiterhin immer noch Einnahmen von diesem Verkauf und das sein Leben lang. Und ich meine, das sind halt einfach Einkommensquellen für einen Künstler, der häufig sehr, sehr viel Zeit, Energie und auch Geld in solche Sachen und Projekte steckt und so auf jeden Fall hier auch deutlich besser unterstützt werden kann, wie es heutzutage ist. Denn ich könnte zum Beispiel mein T-Shirt, was ich von einem Künstler mir gekauft habe aus einer Merchbox, das könnte ich jetzt weiterverkaufen und der Künstler würde daran keinen Cent verdienen. Das wären vielleicht Sachen, die vielleicht für einen großen Künstler nicht mehr so ganz interessant sind, aber für viele kleine Künstler ist das doch etwas, wo man sagen kann, dass das sind Kosten beziehungsweise auch Gelder, die dem Künstler dort an dieser Stelle verloren gehen und jetzt zum Beispiel für sein neues Tonstudio bräuchte und so weiter und so fort. Also hier ist erst recht für kleine Künstler definitiv sehr viel Potenzial da, NFTs zu nutzen, um digitalen Content zu bringen und das wirklich an die Leute zu bringen, die das auch wirklich haben möchten. Wenn du jetzt sagst, hey, Künstler und so weiter und so unterstützen, finde ich cool, alles schick, aber was mit dem Klimawandel, da sieht es doch echt kritisch aus, NFTs sind doch super umweltschädlich. Ja, das ist tatsächlich eine weit verbreitete Lüge, die nicht mehr so ganz stimmt, denn man sollte die Blockchain nicht immer nur mit Bitcoin verbinden. Bitcoin hat einige CO2-Emissionen, das ist Fakt, aber tatsächlich auch im Vergleich zu vielen anderen Dingen nicht allzu hoch. Schauen wir uns jetzt aber ganz kurz mal an, was ist denn jetzt hier überhaupt mit NFTs, wie hoch ist denn jetzt hier überhaupt der CO2-Ausstoß. Die Hauptplattformen bzw. die Hauptblockchains, auf denen gemintet wird, sind einmal die Ethereum und einmal die Polygon-Blockchain. Auf diesen Blockchains werden überwiegend prozentual auf jeden Fall NFTs gemintet. Mittlerweile gibt es auch schon Bitcoin-NFTs, dort ist das Ganze aber tatsächlich noch am Anfang, deswegen beziehe ich das an dieser Stelle noch nicht mit ein. Aber schauen wir uns auf jeden Fall mal die CO2-Emissionen an. Hier an dieser Stelle kam das Ganze bei der Ethereum-Blockchain überhaupt erstmal von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Um ganz kurz zu erklären, was hier der energiefressendere Teil ist, Proof-of-Work ist hier wirklich der Teil, der wirklich extrem viel Energie frisst. Proof-of-Stake hingegen reduziert auf jeden Fall hier die CO2-Emissionen deutlich. Um das euch ganz kurz zu veranschaulichen, wie deutlich, haben wir hier einfach mal einen wunderschönen Vergleich mit einem Eiffelturm und einem kleinen Lego-Männchen. Das Ganze war hier bei dem Eiffelturm vor dem Merch, also das heißt, wo das Ganze noch Proof-of-Work war und jetzt nach dem Merch mit Proof-of-Stake, wie gering wirklich die CO2-Emissionen hingegen geworden sind. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Ganze war dann im letzten Jahr bei etwa 60 Terawattstunden pro Jahr. Das ist schon ordentlich. Wenn man sich das Ganze aber tatsächlich mal im weltweiten Vergleich anschaut, was Länder zum Beispiel teilweise an Emissionen ausstoßen, ja, dann ist das tatsächlich gar nichts. Wenn man das sich mal ganz genau anschaut, wir haben hier China mit 7806 Terawattstunden, was unglaublich viel ist. Und dann haben wir zum Beispiel Deutschland hier mit 512. Und dann muss man sich schon fragen, hey, okay, so ein Land, das verbraucht schon ganz schön viel Energie. Wie sieht es denn aber zum Beispiel mit anderen Branchen aus? Beispiel, die Bankenbranche verbraucht in etwa 240 Terawattstunden jährlich und ja, das weltweit. Also hier selbst das Bankenwesen verbraucht um das Vierfache mehr als ein NFT. Und das ist schon etwas, wo man sagen sollte, hey, ist da wirklich diese Aussage so gerechtfertigt, dass NFTs so umweltschädlich sind? Meiner Meinung nach ganz sicher nicht. Aber du kannst auf jeden Fall selber, wie gesagt, dein eigenes Bild hier über das Ganze machen. Wenn du jetzt denkst, hey, das ist ja ganz schön mit NFTs, aber ich würde auch gerne mal zum Beispiel mein Bild hier irgendwie aufstellen oder sowas. Das ist absolut möglich, denn es gibt mittlerweile auch digitale Bilderrahmen, wo zum Beispiel du Poster reinmachen kannst, die du digital als NFT hast. Dementsprechend von dem Aspekt ist das überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt übrigens auch für 3D Collectibles, zum Beispiel auf der Vivi App. Und hier seht ihr das Ganze zum Beispiel in Augmented Reality. Und wie viele wissen, wird auch Augmented Reality in der Zukunft deutlich mehr Relevanz bekommen und auch deutlich mehr Anwendung finden im Alltag. Sei es, dass Apple seine AR-Brille rausbringt und so weiter und so fort. Dementsprechend wird auch Augmented Reality in Zukunft deutlich relevanter werden. Und dementsprechend ist das tatsächlich auch manchmal ziemlich cool, damit Fotos zu machen oder seinen Charakteren, die man zum Beispiel am liebsten hat, sei es Spider-Man, mal am nächsten zu sein, was man sonst so nicht kann. Wenn ich dich mit diesem Video hier erreichen konnte und dich ein bisschen aufklären konnte und dir wirklich aufzeigen konnte, was sind dir wirklich die Vorteile, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.